Cyberport präsentiert die MyPOW Playbulb Candle. Diese elektronische Kerze von MyPOW eignet sich besonders für Romantiker und Lichtdesigner. Denn mit diesem Produkt erzeugen Sie in jedem Zimmer, Garten und auf jeder Party die Lichtstimmung Ihrer Wahl. Möglich wird dies mit Hilfe der kostenlosen MyPOW App für iOS und Android. Damit können Sie die Helligkeit, Farben und vieles mehr ganz bequem mittels Bluetooth 4.0 steuern. Lassen Sie Ihrer Kreativität frei im Lauf. Setzen Sie beispielsweise farbliche Akzente in Ihrer Wohnung. Oder nutzen Sie die Candle einfach als Nachttischlämpchen. Zudem können Sie auch mehrere MyPOW Candles in Reihe schalten und einen ganzen Raum beleuchten. Durch die innovative LED-Technik leuchtet die MyPOW Candle nicht nur wie eine normale LED, sie kann vielmehr flackern wie echtes Kerzenlicht. Wenn die Beleuchtung ausgehen soll, lässt sich die Candle auch wie eine richtige Kerze einfach auspusten. Des Weiteren kann man sie als einen echten Teelichthalter benutzen, indem man das Produkt einfach umdreht. Ein integrierter Duftchip sorgt zusätzlich für einen angenehmen Geruch im Raum. Der Akku hält mit drei AA-Batterien bis zu 60 Tage, wobei die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind. Romantische Abende mit der Lichtstimmung Ihrer Wahl. Mit der MyPOW Playbulb Candle. Drs. Vielen Dank.